Herzlich willkommen zu einem Workout mit Stock. Ihr könnt dazu vielleicht ein Wiesenspiel nehmen, wenn ihr habt. Natürlich auch einen Ast von draußen oder sonst etwas in diese Richtung. Wir legen los. Nehmt bitte den Stock schulterbreit, die Füße hüftschmal. Die Schultern leicht nach hinten runden ziehen, einen langen Hals machen. Wir rollen hoch auf den Vorfuß, heben dazu die Arme und kommen so in eine leichte Bogenspannung. Dazu den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, das Steißbein zum Bauchnabel hochrollen. Aktiv auch die Schultern mitnehmen, hier ist die wirklich hinten unten und hochschieben an die Ohren. Noch einmal. Gut, den Stock aufstellen und ein Stückchen nach hinten wandern, bis Arme, Rücken, Hände eine Linie bilden. Der Kopf ist zwischen den Armen und dann mal ein Knie im Wechsel mit dem anderen Beugen. Aktiv die Hüfte mitnehmen, zur Seite schieben. noch einmal rechts und links und dann mit den Füßen langsam in Richtung Stopp wandern, ganz den Rücken ganz rund machen und sich Wirbel für Wirbel aufrollen. Wir nehmen den Stock nochmal in beide Hände. Nehmen das Kinn in Richtung Halswirbelsäule, schieben es dann runter zum Brustbein. Die Schultern folgen nach vorne und unten und wir rollen langsam, kontrolliert Wirbel für Wirbel ab. Halten hier kurz, verlagern das Gewicht Richtung Ferse, verteilen es wieder auf die gesamte Fußsohle, heben die Arme in die Vorhaltung, kommen mit lang aufgerichtetem Oberkörper hoch. Und wieder, wir nehmen die Nasenspitze mit, rollen noch einmal Wirbel für Wirbel ab. Verlagern wieder das Gewicht in Richtung Ferse, zurück auf die gesamte Fußsohle, Heben die Arme, Oberarme an die Ohren, nehmen mit langen Oberkörper wieder die Stellung. Heben die Aufrichtung. Noch ein letztes Mal. Verlagern wieder das Gewicht nach hinten und kommen in die offene Schulstellung, Arme in die Vorhalte, schieben uns mal in die Länge, das Gewicht auf den vorderen Fuß verlagern, das hintere Bein anheben, sich aufrichten, die Arme in die Vorhalte, das Knie Richtung Stock und schieben wieder in die Länge. Wer mag, kann das Standbein hier jetzt mal reinbeugen, darauf achten, dass das Knie aber hinter der Fußspitze bleibt. Halt, hinter der Fußspitze bleibt. Halt, hinter der Fußspitze bleiben. Und wechseln. Die Arme wieder heben, die nicht auf vordere Beine. Und abrichten. Ein letztes Mal. Wir stellen den Stock noch einmal auf. Wandern wieder ein Stückchen nach hinten. Unterarme, Ellbogen an den Stock. Wieder einen ganz langen Rücken. Und konzentrieren uns jetzt auf das Becken, auf den unteren Rücken. Mit der Ausatmung Bauch einhören, das Steißbein einrollen. Nach einem runden Rücken. Mit der Einatmung lang werden und die Sitzbeine zur Decke schieben. Ein letztes Mal. Und sich wieder aufrichten. Gut, dann möchte ich euch bitte den Platz zu nehmen. Den langen Sitz. Wir nehmen den Start wieder schulterbreit. Den Rücken ganz lang aufgerichtet. Und rudern. Den Oberkörper dazu. Mit in die Bewegung nehmen. Weit vor. Zurück ziehen. Die Arme möglichst lang lassen. Ausatmung. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch jeweils einmal zur Seite Die Arme in die Vorhalte Den Oberkörper ein wenig nach hinten neigen Und ein Bein anheben und hoch tiefen Und das Bein wechseln Und kurz absetzen Die Beine angewinkelt Den Stapel in die Kniekehle schieben Von unten greifen Und sich einmal aufrichten Mit Hilfe vom Zug angestanden Brustbein raus Mit dem Ausatmen Den Bauch einhören Ganz rund werden Die Schulter nach vorne und unten ziehen Abrollen Bis die Arme lang sind Jetzt das Steißbein Das Becken in die Matte schieben Und sich mit langem Rücken wieder aufrichten Abrollen Und aufrichten Versucht es in einer fließenden Bewegung Ein letztes Mal Und ganz locker lassen Noch einmal den Stapel in die Kniekehle schieben Den Rücken wieder ganz lang aufgerichtet Ein kleines Stück nach hinten verlagern Und dann beide Beine anheben Auf 90 Grad Im Wechsel Fußspitzen tippen Und beide Beine halten Nach oben schieben Sich gut ausbalancieren Den Schlag ein Stückchen weiter Richtung Waden schieben Halten Und Wieder absetzen Wir rollen langsam ab In die Rückenlage Den Stapel dazu wieder in die Vorwälte nehmen Aufgerichtet Und dann wie vorhin schon Den Bauch einhören Den Rücken runden Abrollen Und einatmen Und mit der nächsten Ausatmung Wieder hoch Und den Rücken Und den Rücken Und den Rücken Nach dem nächsten Abrollen Bleiben wir in der Rückenlage Und Heben den Stock Richtung Decke In Schulterbreite Nacheinander Nacheinander Die Beine auf 90 Grad Angewinkelt anheben Den Bauch zur Wirbelsäule Und dann die Beine hochstrecken Zur Decke Mit den Fersen Feste gegeneinander gedrückt Beide Beine langsam In Richtung Stapel ziehen Und nach hinten absenken Und halben Und wieder Und dann Wer es etwas erschweren will Liftet kurz das Becken Und rollt ab Ein letztes Mal Und absetzen Wir nehmen den Stab In die Kniekehlen Heben dazu dann wieder die Beine Auf 90 Grad Wer mag Greift von unten den Stab Beide Schultern in die Matte Und weg von den Ohren schieben Zieht einmal Die Knie Richtung Bauch Ganz klein und rund Dann die Beine hoch zur Decke Schiebt den Stab hoch Mit Hilfe vom Stock Beide Beine Richtung Nase ziehen Ihr rollt ein Stück nach hinten ab Haltet hier kurz Und Wirbel für Wirbel Langsam wieder abrollen Und noch einmal Und noch einmal Beim nächsten Mal Der kann und kann gerne Hinten die Füße kurz aufdicken Und wieder langsam kontrolliert abrollen Ein letztes Mal Ein letztes Mal Die Beine wieder anwinkeln Arne lang Das Kinn anheben Den Oberkörper anheben Und jetzt ein klein wenig schaukeln Beim nächsten Mal bleiben wir im Sitz Und das war's Ich bedanke mich